Mike, jetzt beeil dich. Wir kommen doch zu spät. Ich komme schon. Ich fliege mit Lichtgeschwindigkeit. Hör schon auf herumzutudeln, Mike, und beeil dich. Wir wollen uns heute ausgiebig mit dem Geheimnis der Bäume beschäftigen. Und zu diesem Thema freuen wir uns auf ein Referat von Doloros und Mike. Die Kribbel-Krabbel-Käfer-Schule präsentiert das Geheimnis der Bäume. Juhu! Oh-oh! Oh! Sieh dir nur all meine Kumpels an. Die sind jede Nacht da oben und leuchten und funkeln und... Wie machen die das bloß? Bäume sind die größten Pflanzen auf dieser Erde. Sie atmen, trinken Wasser und brauchen Nahrung. Sie wachsen. Sie sind wie wir, lebende Wesen. Und da sind wir auch schon. Ich liebe Bäume wirklich. Mein geliebter Baum.